H. Paul Grice Logik und Konversation Es ist ein Gemeinplatz der philosophischen Logik, dass es anscheinend Bedeutungsunterschiede zwischen den von mir im Folgenden sogenannten formalen Mitteln in ihren üblichen zweiwertigen Interpretationen einerseits und ihren mutmaßlichen Entsprechungen oder Gegenstücken in der natürlichen Sprache andererseits gibt. Solchen Ausdrücken wie nicht, und, oder, falls, alle, einige oder wenigstens ein und der. Mancher Logiker war vielleicht gelegentlich gewillt, die Ansicht zu vertreten, in Wahrheit gäbe es solche Unterschiede nicht. Aber wo diese Ansicht überhaupt einmal vertreten wurde, geschah das ein bisschen vorlaut. Und wer im Geruch stand, dies zu tun, sah sich einer recht ruppigen Behandlung unterworfen. Wer das Bestehen solcher Unterschiede einräumt, hängt im Wesentlichen der einen oder der anderen zweier rivalisierender Gruppen an, die ich für die Zwecke dieses Artikels als die formalistische bzw. die informalistische Gruppe bezeichnen werde. Eine nicht uncharakteristische formalistische Position lässt sich so umreißen. Insofern Logiker es mit der Formulierung sehr allgemeiner Muster gültigen Schließens zu tun haben, besitzen die formalen Mittel einen entscheidenden Vorzug vor ihren natürlichen Gegenstücken. Denn mit den formalen Mitteln lässt sich ein System sehr allgemeiner Formeln entwickeln, von denen sich beträchtlich viele als Schlussschemata auffassen lassen oder mit ihnen eng zusammenhängen, deren Ausdruck einige oder alle Mittel umfasst. Solch ein System mag aus einer gewissen Menge einfacher Formeln, die akzeptabel sein müssen, wenn die Mittel, die ihnen zugeordnete Bedeutung haben, und aus unbestimmt vielen weiteren Formeln bestehen, von denen viele weniger offensichtlich akzeptabel sind. Jede dieser letzteren Formeln lässt sich allerdings unter der Voraussetzung als akzeptabel erweisen, dass die Elemente der ursprünglichen Menge es sind. Somit können wir mit Schlussschemata zu Rande kommen, die, was ihre Akzeptabilität angeht, fragwürdig sind. Manchmal können wir ein Entscheidungsverfahren anwenden. Dann ist das Ganze sogar noch besser. Weiterhin ist es von einem philosophischen Standpunkt aus als Unvollkommenheit natürlicher Sprache zu betrachten, dass deren Gegenstücke Bedeutungsbestandteile enthalten, die sich bei den entsprechenden formalen Mitteln nicht finden. Solche Bestandteile sind unerwünschte Auswüchse. Denn dieser Bestandteil wegen können die Begriffe, in denen sie vorkommen, nicht präzis bzw. klar definiert werden. Und zumindest einigen Feststellungen mit ihnen kann unter gewissen Umständen kein Wahrheitswert mit Bestimmtheit zugeordnet werden. Nicht nur an der Unbestimmtheit dieser Begriffe selbst ist Anstoß zu nehmen, sondern auch daran, dass durch sie der Metaphysik Tür und Tor geöffnet wird. Wir können nicht sicher sein, dass keiner dieser Begriffe der natürlichen Sprache metaphysisch belastet ist. Aus diesen Gründen kann man die Ausdrücke, so wie sie in der natürlichen Rede verwandt werden, nicht als endgültig akzeptabel betrachten. Am Ende könnten sie sich sogar als nicht vollkommen verständlich herausstellen. Das angemessene Vorgehen besteht darin, mit den formalen Mitteln eine ideale Sprache zu konzipieren, deren Sätze klar, mit eindeutigem Wahrheitswert und garantierbar frei von metaphysischen Implikationen sind, um mit ihrer Konstruktion zu beginnen. Die Grundlagen der Wissenschaft werden dann philosophisch sicher sein, weil die Aussagen des Wissenschaftlers sich in dieser idealen Sprache ausdrücken lassen, auch wenn sie de facto nicht unbedingt in ihr ausgedrückt werden. Ich will nicht behaupten, alle Formalisten würden alles akzeptieren, was ich hier skizzenhaft ausgeführt habe, aber alle würden wohl zumindest einen Teil davon akzeptieren. Darauf könnte ein Informalist folgendermaßen antworten. Die philosophische Forderung nach einer idealen Sprache beruht auf gewissen Annahmen, die man nicht hinnehmen sollte. Es sind dies die Elle, nach der die Adäquatheit einer Sprache vornehmlich zu messen ist, ist ihre Eignung den Bedürfnissen der Wissenschaft zu dienen. Solange für einen Ausdruck keine Explikation oder Bedeutungsanalyse vorliegt, ist nicht gewährleistet, dass er vollkommen verständlich ist. Und jede Explikation bzw. Analyse muss die Form einer präzisen Definition haben, mit der eine logische Äquivalenz ausgedrückt bzw. behauptet wird. Sprache dient vielen wichtigen Zwecken neben denen der wissenschaftlichen Untersuchung. Wir können sehr wohl wissen, welche Bedeutung ein Ausdruck hat und somit a fortiori, dass er verständlich ist. Ohne seine Analyse zu kennen und eine Analyse mag und wird gewöhnlich in Form von möglichst weitgehenden verallgemeinerten Bedingungen angegeben werden, die für oder gegen die Anwendbarkeit des analysierten Begriffs sprechen. Darüber hinaus, obwohl es zweifelsohne wahr ist, dass die formalen Mittel der systematischen Behandlung durch den Logiker besonders zugänglich sind, ändert das doch nichts daran, dass es sehr viele in natürlicher Sprache und nicht mit diesen Mitteln ausgedrückte Schlüsse und Argumentationen gibt, die nichtsdestoweniger erkennbar gültig sind. Demnach muss für eine unvereinfachte und mithin mehr oder weniger unsystematische Logik der natürlichen Gegenstücke dieser Mittel ein Platz da sein. Diese Logik mag von der vereinfachten Logik der formalen Mittel unterstützt und geleitet werden, aber sie kann nicht durch diese ersetzt werden. Ja, diese beiden Logiken unterscheiden sich nicht nur voneinander, sondern geraten auch manchmal miteinander in Konflikt. Regeln, die für ein formales Mittel gelten, gelten möglicherweise nicht für sein natürliches Gegenstück. Was nun die allgemeine Frage nach dem Platz der Erneuerung natürlicher Sprache in der Philosophie angeht, so werde ich in diesem Artikel nichts dazu sagen zu haben. Ich werde mich auf das am Disput beschränken, was mit den vermeintlichen Unterschieden zu tun hat, die eingangs erwähnt worden sind. Zudem habe ich nicht vor, mich zugunsten der einen oder anderen Seite in den Streit einzumischen. Vielmehr möchte ich die Ansicht vertreten, dass die den beiden Seiten gemeinsame Annahme, es gebe diese Unterschiede tatsächlich, grob gesprochen, ein gemeinsamer Fehler ist, der daher rührt, dass dem Wesen und der Wichtigkeit derjenigen Bedingungen nicht hinreichend Beachtung geschenkt wird, die Konversationsregeln. Ich werde daher sofort mit einer Untersuchung der allgemeinen Bedingungen fortfahren, die in der einen oder anderen Weise auf Konversation als solche unabhängig von ihrem Gegenstand zutreffen. Im Pikatur. Angenommen A und B unterhalten sich über einen gemeinsamen Freund C, der jetzt in einer Bank arbeitet. A fragt B, wie es C bei seinem Job geht und B antwortet, ganz gut, nehme ich an. Er mag seine Kollegen und ist bislang noch nicht ins Gefängnis gekommen. Hier mag A nun wohl wissen wollen, was B damit zu verstehen geben wollte, was er damit angedeutet hat oder auch, was er damit gemeint hat, dass er sagte, C sei bislang noch nicht ins Gefängnis gekommen. Als Antwort könnten lauter solche Sachen kommen wie, C ist der Typ, der nicht gut der Verlockung widerstehen kann, die seine Beschäftigung mit sich bringt. Cs Kollegen sind wirklich sehr unangenehme und heimtückische Leute und so weiter. Es könnte natürlich für A völlig unnötig sein, dies von B wissen zu wollen, wenn die Antwort darauf in diesem Zusammenhang im Voraus klar ist. Es ist wohl klar, dass das, was B in diesem Beispiel zu verstehen gegeben, angedeutet, gemeint und so weiter. Etwas anderes ist als das, was er gesagt hat. Das war ja einfach, dass C bislang noch nicht ins Gefängnis gekommen ist. Ich möchte als Kunstbegriffe das Verbum implizieren und die damit verwandten Nomina Implikatur, Vergleich imply, andeuten und Implikat, Vergleich, what is implied, das Angedeutete, einführen. Der Witz dieses Manövers ist es zu umgehen, dass jedes Mal zwischen diesem oder jenem Mitglied der Familie von Verben gewählt werden muss, für die implizieren allgemeine Zuständigkeit übernehmen soll. Zumindest fürs Erste werde ich in beträchtlichem Maße ein intuitives Verständnis der Bedeutung von sagen. In solchen Kontexten voraussetzen und auch, dass einzelne Verben sich als Mitglieder der Familie erkennen lassen, mit der implizieren in Zusammenhang gebracht wurde. Allerdings kann ich ein oder zwei Bemerkungen machen, die vielleicht zur Klärung der problematischen dieser beiden Annahmen, und zwar der, die mit der Bedeutung des Wortes Sagen zusammenhängt, beiträgt. Wie ich das Wort Sagen hier benutze, soll das, was jemand gesagt hat, in enger Beziehung zur konventionalen Bedeutung der von ihm geäußerten Worte des geäußerten Satzes stehen. Angenommen, jemand hat den Satz, er kommt von dem Laster nicht los geäußert. Mit Kenntnis der Deutschen, aber ohne Kenntnis der Äußerungsumstände wüsste man unter der Annahme, dass er gewöhnliches Deutsch und wörtlich gesprochen hat, etwas darüber, was der Sprecher gesagt hat. Man wüsste, dass er über eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Tier männlichen Geschlechts X gesagt hat, dass zum Zeitpunkt der Äußerung gleichgültig, wann das war. Entweder erstens X unfähig war, sich selbst von einem schlechten Charakterzug zu befreien, oder zweitens an einem Beförderungsmittel einer gewissen Art festhing, natürlich nur so in etwa dargestellt. Hier beziehen wir uns auf ein englisches Beispiel und haben versucht, das auf Deutsch zu adaptieren. Um jedoch ganz und gar zu bestimmen, was der Sprecher gesagt hat, müsste man a. die Identität von X, b. den Zeitpunkt der Äußerung und c. die bei dieser bestimmten Äußerungsgelegenheit vorliegende Bedeutung der Wendung von dem Laster nicht loskommen. Eine Entscheidung zwischen erstens und zweitens kenne. Diese kurze Andeutung über meine Verwendung von Sagen lässt offen, ob jemand, der heute sagt, Harold Wilson ist ein großer Mann, dasselbe gesagt hat, wie einer, der ebenfalls heute sagt, der britische Premierminister ist ein großer Mann, vorausgesetzt beide wüssten, dass die beiden singulären Terme dieselbe Referenz haben. Wie die Entscheidung in dieser Frage aber auch immer ausfallen mag, der von mir sogleich bereitgestellte Apparat wird beliebigen Implikaturen gerecht werden können, für die es etwas ausmachen könnte, ob der eine und nicht der andere singuläre Term im geäußerten Satz vorkommt. Solche Implikaturen würden bloß zu verschiedenen Maximen in Beziehung stehen. In manchen Fällen wird die konventionale Bedeutung der verwandten Worte bestimmen, was impliziert ist, und nicht nur helfen zu bestimmen, was gesagt worden ist. Wenn ich selbstgefällig sage, er ist ein Engländer, er ist mithin tapfer, so habe ich mich, Kraft der Bedeutung meiner Worte, darauf festgelegt, dass seine Tapferkeit eine Konsequenz dessen ist, daraus folgt, dass er ein Engländer ist. Aber während ich gesagt habe, er sei ein Engländer und gesagt habe, er sei tapfer, möchte ich nicht sagen, ich hätte, im bevorzugten Sinne gesagt, seine Tapferkeit folge daraus, dass er Engländer ist, obwohl ich die sicherlich angedeutet und somit impliziert habe. Ich möchte nicht sagen, meine Äußerung dieses Satzes wäre streng genommen falsch, falls die fragliche Folgerung nicht gelten sollte. Mithin sind einige Implikaturen konventional, anders als diejenigen, mit der ich diese Erörterung über Implikaturen begonnen habe. Eine gewisse Teilklasse der nicht-konventionalen Implikaturen, die ich konversationale Implikaturen nennen werde, möchte ich als mit gewissen allgemeinen Diskursmerkmalen wesentlich verknüpft darstellen. Somit werde ich als nächstes versuchen zu sagen, was für Merkmale das sind. Das folgende Prinzip mag eine erste Annäherung an ein allgemeines Prinzip abgeben. Unsere Gespräche bestehen normalerweise nicht aus einer Abfolge unzusammenhängender Bemerkungen und wären so auch nicht rational. Sie sind kennzeichnenderweise wenigstens bis zu einem gewissen Maß kooperative Bemühungen und jeder Teilnehmer erkennt bis zu einem gewissen Grad in ihnen einen gemeinsamen Zweck bzw. mehrere davon oder zumindest eine wechselseitig akzeptierte Richtung an. Zweck oder Richtung können von Beginn an festgelegt sein, z.B. durch einen Vorschlag einer zu erörternden Frage oder sich während des Gesprächs herausbilden. Sie können ziemlich bestimmt sein oder so unbestimmt, dass sie den Teilnehmern ganz beträchtlichen Spielraum lassen, wie bei zwangloser Konversation. Aber an jedem Punkt wären einige Züge im Gespräch als konversational unpassend ausgeschlossen. Wir können demnach ganz grob ein allgemeines Prinzip formulieren, dessen Beachtung ceteris paribus, also alles verändert sich, eins bleibt, von allen Teilnehmern erwartet wird. Und zwar mache deinen Gesprächsbeitrag jeweils so, wie es von dem akzeptierten Zweck oder der akzeptierten Richtung des Gesprächs, an dem du teilnimmst, gerade verlangt wird. Dies könnte man mit dem Etikett Kooperationsprinzip verstehen. Unter der Annahme, dass irgendein allgemeines Prinzip wie dies akzeptabel ist, kann man vielleicht vier Kategorien unterscheiden, unter deren eine oder andere gewisse speziellere Maximen und Untermaximen fallen. Die folgenden darunter werden im Allgemeinen zu Ergebnissen führen, die im Einklang mit dem Kooperationsprinzip stehen. In Anlehnung an Kant nenne ich diese Kategorien Quantität, Qualität, Relation und Modalität. Die Kategorie der Quantität steht in Beziehung zur Quantität der zu gegebenen Informationen und unter sie fallen die folgenden Maximen. Erstens, mache deinen Beitrag so informativ wie für den gegebenen Gesprächszweck nötig. Zweitens, mache deinen Beitrag nicht informativer als nötig. Über die zweite Maxime lässt sich streiten. Es könnte gesagt werden, Überinformation sei keine Überschreitung des Kooperationsprinzips, sondern bloß Zeitverschwendung. Darauf ließe sich allerdings entgegnen, dass solcherlei Überinformativität insofern verwirrend sein kann, als sie gerne dazu führt, dass Nebenthemen aufgeworfen werden. Und es kann auch den indirekten Effekt geben, dass die Hörer dadurch in die Irre geführt werden können, dass sie denken, mit der Übermittlung der überschüssigen Information habe es irgendetwas Bestimmtes auf sich. Wie dem auch sei, vielleicht gibt es einen anderen Grund, die Hinzunahme dieser zweiten Maxime in Zweifel zu ziehen. Eine spätere Maxime, die mit der Relevanz zu tun hat, erreicht nämlich dasselbe. Unter die Kategorie der Qualität fällt eine Obermaxime. Versuche deinen Beitrag so zu machen, dass er wahr ist. Und zwei speziellere Maximen. Sage nichts, was du für falsch hältst. Und zweitens sage nichts, wofür dir angemessene Gründe fehlen. Unter die Kategorie der Relation setze ich eine einzige Maxime, und zwar sei relevant. Die Maxime selbst ist zwar kurz und prägnant, aber ihre Formulierung verdeckt eine Menge von Problemen, die mich ganz schön plagen. Was für verschiedene Arten und Brennpunkte der Relevanz es geben kann. Wie sie sich im Verlauf eines Gesprächs verschieben. Wie dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass der Gesprächsgegenstand zu Recht geändert wird. Und so weiter. Die Behandlung solcher Fragen finde ich überaus schwierig. Und ich hoffe, in einer späteren Arbeit auf sie zurückzukommen. Die Kategorie der Modalität schließlich bezieht sich nach meinem Verständnis nicht, wie die vorausgegangenen Kategorien darauf, was gesagt wird, sondern darauf, wie das, was gesagt wird, zu sagen ist. Unter sie nehme ich die Obermaxime sei klar. Und verschiedene Maximen wie vermeide Dunkelheit des Ausdrucks, vermeide Mehrdeutigkeit, sei kurz, vermeide unnötige Weitschweifigkeit, viertens der Reihe nach. Und möglicherweise braucht man noch andere. Offensichtlich ist die Beachtung einer dieser Maximen weniger dringend als die Beachtung anderer. Wer sehe ich übermäßig weitschweifig ausdrückt, wird im Allgemeinen milderer Kritik ausgesetzt sein als jemand, der etwas sagt, das er für falsch hält. Ja, man könnte den Eindruck haben, zumindest die erste Maxime der Qualität sei von solcher Wichtigkeit, dass sie gar nicht in so ein System gehört, wie ich es gerade entwickle. Andere Maximen kommen ja nur unter der Annahme zur Anwendung, dass dieser Maxime der Qualität genügt wird. Das ist zwar richtig, aber soweit es um die Entstehung von Implikaturen geht, spielt sie anscheinend keine völlig andere Rolle als die anderen Maximen und zumindest für den Augenblick ist es wohl passend, sie als zur Liste der Maximen gehörig zu betrachten. Natürlich gibt es alle möglichen anderen Maximen, ästhetischer, gesellschaftlicher oder moralischer Natur, wie etwa, sei höflich, die von den Gesprächsteilnehmern normalerweise ebenfalls beachtet werden und auch die können nicht konventionale Implikaturen erzeugen. Gleichwohl stehen die Konversationsmaximen und die mit ihnen zusammenhängenden Implikaturen, wie ich hoffe, in besonderer Beziehung zu den besonderen Zwecken, für welche Rede und mit dem Gespräch geeignet ist und deretwegen sie vornehmlich statt hat. Ich habe meine Maximen hier so formuliert, als bestünde dieser Zweck in maximal effektivem Informationsaustausch. Diese Kennzeichnung ist natürlich zu eng und das System gehört verallgemeinert, um so allgemeinen Zwecken wie der Beeinflussung oder Steuerung des Handelns anderer Rechnung zu tragen. Wo es eines meiner erklärten Ziele ist, Rede als einen Spezialfall oder eines Spiel als zweckhaften, ja rationalen Verhaltens zu sehen, mag es des bemerkenswert sein, dass die spezifischen Erwartungen oder Annahmen im Zusammenhang mit zumindest einigen der obigen Maximen ihre Entsprechungen auch in der Sphäre solcher Interaktionen haben, die keine Gespräche sind. Ich führe ganz kurz für jede Konversationskategorie jeweils eine solche Entsprechung an. 1. Quantität. Wenn du mir dabei hilfst, einen Wagen zu reparieren, dann erwarte ich, dass du weder mehr noch weniger beiträgst, als erforderlich ist. Wenn ich beispielsweise an einem bestimmten Punkt vier Schrauben brauche, dann erwarte ich von dir, dass du mir vier gibst und nicht zwei oder sechs. Qualität. Ich erwarte, dass du wirklich etwas beiträgst und nicht bloß so tust. Wenn ich Zucker für den Kuchen brauche, bei dessen Zubereitung du mir hilfst, erwarte ich nicht, dass du mir Salz gibst. Wenn ich einen Löffel brauche, erwarte ich keinen Tricklöffel aus Gummi. 3. Relation. Ich erwarte vom Beitrag des Partners, dass er dazu passt, was an dem jeweiligen Punkt der Interaktion gerade vonnöten ist. Wenn ich gerade die Zutaten für einen Kuchen verrühre, möchte ich kein gutes Buch und nicht einmal einen Topflappen gereicht bekommen, obwohl das zu einem späteren Zeitpunkt passend sein mag. Modalität. Ich erwarte vom Partner, dass er klar macht, was er beiträgt und dass er es einigermaßen zügig tut. Diese Analogien sind relevant für eine meines Erachtens fundamentale Frage bezüglich des Kooperationsprinzips und seiner Begleitmaxim. Und zwar, welches die Grundlage der von uns offenbar gemachten Annahme ist, von der, wie ich hoffe, dass sich ergeben wird, ein großer Teil von Implikaturen abhängt. Das Sprecher im Allgemeinen, Ceteris Paribus und in Abwesenheit von Hinweisen aufs Gegenteil, in der von diesen Prinzipien vorgeschriebenen Weise vorgehen. Eine lahme, aber auf einer gewissen Ebene zweifellos adäquate Antwort lautet, es sei einfach ein wohlbekannter empirischer Sachverhalt, dass Menschen sich nun einmal so verhalten. Das haben sie als Kinder so gelernt und diese Gewohnheit ist geblieben. Und es würde ja auch ein gerüttelt Maß Anstrengung erfordern, von dieser Gewohnheit radikal abzugehen. Es ist beispielsweise viel einfacher, die Wahrheit zu sagen, als Lügen zu erfinden. Ich bin allerdings Rationalist genug, um eine Basis finden zu wollen, die alledem unterliegt. Und seien dies auch noch so unbestreitbare Tatsachen. Ich würde die normale Konversationspraxis gerne nicht nur als etwas auffassen können, woran sich die meisten oder alle de facto halten, sondern als etwas, woran wir uns vernünftigerweise halten, was wir nicht aufgeben sollten. Eine Zeit lang war ich von der Idee angetan, die Beachtung des Kooperationsprinzips und der Maximen beim Gespräch lasse sich als eine quasi vertragliche Sache auffassen, mit Parallelen außerhalb des Bereichs der Konversation. Wenn ich mich mit meinem Wagen herumplage, mit dem ich stecken geblieben bin und du kommst vorbei, dann habe ich zweifelsohne eine gewisse Erwartung, dass du mir Hilfe anbietest. Aber sobald du mit unter der Haube herumfummelst, werden meine Erwartungen stärker und nehmen spezifische Formen an. Vorausgesetzt nichts deutet darauf hin, dass du von so etwas nichts verstehst und nur deine Nase mal hereinstecken willst. Und Gespräche schienen mir charakteristischerweise gewisse Merkmale aufzuweisen, die zusammengenommen kooperative Interaktionen kennzeichnen. Erstens. Die Beteiligten haben irgendein gemeinsames, unmittelbares Ziel, etwa einen Wagen, zu reparieren. Ihre weiterreichenden Ziele können natürlich voneinander unabhängig und sogar miteinander in Konflikt sein. Es kann sein, dass jeder den Wagen nur deshalb repariert haben will, um wegzufahren und den anderen aufgeschmissen zurückzulassen. Im typischen Gespräch gibt es ein gemeinsames Ziel sogar dann, wenn, wie bei einem Plausch am Gartenzaun, es eines zweiter Stufe ist. Und zwar, dass beide Seiten sich für den Moment mit den gerade gegebenen konversationalen Interessen der jeweils anderen Seite identifizieren mögen. Zweitens. Die Beiträge der Beteiligten sollen zueinander passen, sollen wechselseitig voneinander abhängen. Drittens. Es besteht so eine Art Einvernehmen, möglicherweise explizit, oft aber nur stillschweigend, darüber, dass Ceteris Paribus die Interaktion in angemessenem Stil fortgesetzt wird, bis beide Seiten damit einverstanden sind, dass sie beendet werden soll. Man haut nicht einfach ab oder fängt mit etwas anderem an. Aber während irgend so eine quasi vertragliche Grundlage auf einige Fälle zutreffen mag, gibt es doch allzu viele Gesprächsformen wie Streiten und Briefe schreiben, auf die das nicht so recht passt. Allemal hat man den Eindruck, dass Irrelevanz und Dunkelheit nicht vornehmlich zum Schaden der Zuhörerschaft, sondern zum Schaden des Sprechers selbst sind. Daher würde ich gerne zeigen können, dass Beachtung des Kooperationsprinzips und der Maximen gemäß dem folgenden vernünftig rational ist. Wenn es um die für Konversation bzw. Kommunikation zentralen Ziele geht, beispielsweise Informationen geben und empfangen, beeinflussen und von anderen beeinflusst werden, dem muss, passende Umstände vorausgesetzt, ein Interesse daran unterstellt werden, an einem Gespräch teilzunehmen, das nur von Gewinn sein wird, falls es in allgemeiner Übereinstimmung mit dem Kooperationsprinzip und den Maximen verläuft. Ob man zu irgend so einem Ergebnis gelangen kann, ist mit unklar. Jedenfalls bin ich ziemlich sicher, dass ich nicht dazu gelangen kann, solange ich mir nicht entschieden klarer darüber bin, was es mit der Relevanz und den Umständen, in denen sie erfordert ist, auf sich hat. Es ist an der Zeit, die Verbindung zwischen dem Kooperationsprinzip und den Maximen auf der einen Seite und konversationaler Implikatur auf der anderen zu zeigen. Es kann auf verschiedene Weisen geschehen, dass ein an einem Gespräch Beteiligter eine Maxime nicht erfüllt. Zu diesen Weisen gehören, er mag ganz still und undemonstrativ eine Maxime verletzen. Er wird dann in manchen Fällen sehr leicht irreführen. Zweitens, er kann aussteigen, die Geltung sowohl der Maxime als auch des Kooperationsprinzip außer Kraft setzen. Er kann sagen, darauf hinweisen oder es klar werden lassen, dass er nicht willens ist, in der von der Maxime erforderten Weise zu kooperieren. Er kann beispielsweise sagen, mehr kann ich nicht sagen, meine Lippen sind versiedelt. Drittens, er mag vor einer Kollision stehen. Er mag beispielsweise nicht in der Lage sein, die erste Maxime der Quantität sei so informativ wie nötig zu erfüllen, ohne die zweite Maxime der Qualität, habe angemessene Belege für das, was du sagst, zu verletzen. Viertens, er mag gegen eine Maxime verstoßen. Das heißt, es kann sein, dass er eine Maxime flagrant nicht erfüllt. Unter der Annahme, dass der Sprecher die Maxime erfüllen kann und dies auch ohne wegen einer Kollision eine andere Maxime zu verletzen, dass er zudem nicht aussteigen und angesichts der Offensichtlichkeit seines Tuns nicht irrezuführen versucht, steht der Hörer vor keinem allzu großen Problem. Wie kann der Umstand, dass er das sagt, was er sagt, mit der Annahme in Einklang gebracht werden, dass er das umfassende Kooperationsprinzip beachtet? Diese Situation lässt charakteristischerweise eine konversationale Implikatur zustande kommen. Und wenn eine konversationale Implikatur in dieser Weise zustande kommt, werde ich sagen, eine Maxime sei ausgebeutet worden. Ich bin nun in der Lage, den Begriff der konversationalen Implikatur zu charakterisieren. Ich bin nun in der Lage, den Begriff der konversationalen Implikatur zu charakterisieren. Angenommen, jemand hat dadurch, dass er, indem er, wenn er P sagt oder so tut, als sagt er es, impliziert das Q. Unter folgenden Voraussetzungen kann man dann von ihm sagen, er habe konversational impliziert das Q. Erstens, von ihm ist anzunehmen, dass er die Konversationsmaxime oder zumindest das Kooperationsprinzip beachtet. Zweitens, die Annahme, dass er sich bewusst ist oder glaubt, dass Q ist nötig, um den Umstand, dass er sagt oder so tut, als sagte er, dass P bzw. dass er es auf genau diese Weise anscheinend tut, mit der er in erstens erwähnten Annahme in Übereinstimmung zu bringen, drittens der Sprecher glaubt und würde vom Hörer erwarten, dass er glaubt, dass er, der Sprecher glaubt, dass der Hörer in der Lage ist, dahinter zu kommen oder intuitiv zu erfassen, dass die in zweitens erwähnte Annahme wirklich nötig ist. Man wende dies auf mein ursprüngliches Beispiel an. Auf Bs Bemerkung, C sei bislang noch nicht ins Gefängnis gekommen. In einem geeigneten Rahmen könnte A sich folgende Gedanken machen. Erstens, B hat offensichtlich die Maxime, sei relevant verletzt. Mithin hat er wohl gegen eine der Maxime verstoßen, die zur Klarheit gehören. Dennoch habe ich keinen Grund anzunehmen, dass er die Geltung des Kooperationsprinzips außer Kraft setzt. Zweitens, angesichts der Umstände kann ich die Irrelevanz seines Beitrags dann und nur dann als bloß scheinbar auffassen, wenn ich annehme, dass er C für potenziell unredlich hält. Drittens, B weiß, dass ich es schaffen kann, durch Überlegung auf Schritt 2 zu kommen. Somit impliziert B, dass C potenziell unredlich ist. Es muss möglich sein, durch Überlegung dahinter zu kommen, dass eine konversationale Implikatur vorliegt. Denn auch wenn sie de facto intuitiv erfasst werden kann, gilt sie, falls sie überhaupt vorliegt, nicht als konversationale Implikatur, solange die Intuition nicht durch eine Argumentation ersetzt werden kann. Sie wäre sonst eine konventionale Implikatur. Um durch Überlegung dahinter zu kommen, dass eine bestimmte konversationale Implikatur vorliegt, wird der Hörer auf die folgenden Daten zurückgreifen. Erstens, die konventionale Bedeutung der verwendeten Worte samt ihrem jeweiligen Bezug. Zweitens, das Kooperationsprinzip und seine Maximen. Drittens, den sprachlichen und sonstigen Kontext der Äußerung. Viertens, anderes Hintergrundwissen. Und fünftens, die Tatsache oder vermeintliche Tatsache, dass alles, was vom bisher Aufgeführten relevant ist, beiden Beteiligten verfügbar ist. Und dass beide Beteiligte wissen oder annehmen, dass dem so ist. Ein allgemeines Schema für den Gedankengang, mit dem man hinter eine konversationale Implikatur kommt, könnte folgendermaßen angegeben werden. Er hat gesagt, das P. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er die Maximen oder zumindest das Kooperationsprinzip nicht beachtet. Er könnte sie nicht beachten, falls er nicht dächte das Q. Er weiß und weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich feststellen kann, dass die Annahme, dass er glaubt, dass Q nötig ist. Er hat nichts getan, um mich von der Annahme, dass Q abzuhalten. Er will oder hat zumindest nichts dagegen, dass ich denke, dass Q. Und somit hat er impliziert das Q. Beispiele. Ich werde nun ein paar Beispiele geben, die ich in drei Gruppen unterteile. Gruppe A. Beispiele, bei denen keine Maxime verletzt ist oder es jedenfalls nicht klar ist, dass eine verletzt ist. 1. A steht vor einem Auto, das sich offensichtlich nicht mehr von der Stelle rührt. B kommt hinzu und es kommt zu folgendem Dialog. A. Ich habe kein Benzin mehr. B. Um die Ecke ist eine Werkstatt. Anmerkung. B würde der Maxime sei relevant zuwiderhandeln, wenn er nicht dächte oder es für ausgeschlossen hielte, dass die Werkstatt auf hat und Benzin verkauft. Mithin impliziert er, dass die Werkstatt zumindest möglicherweise auf hat und so weiter. Anders als im Fall der Bemerkung, er ist bislang noch nicht ins Gefängnis gekommen, ist die unausgesprochene Verbindung zwischen B.s Bemerkung und A.s Bemerkung derart offensichtlich, dass man in diesem Beispiel wohl auch dann kaum eine Zuwiderhandlung gegen die Obermaxime der Modalität sei klar sehen kann, wenn man diese Obermaxime so deutet, dass sie sich nicht nur darauf bezieht, wie das Gesagte gesagt wird, sondern auch darauf, in welcher Verbindung das Gesagte zu unmittelbar vorausgegangenen Bemerkungen steht. Was diesen Punkt betrifft, ist das nächste Beispiel vielleicht ein bisschen weniger klar. Also, A. Smith scheint derzeit keine Freundin zu haben. B. Er war in letzter Zeit oft in New York. B impliziert, dass Smith möglicherweise eine Freundin in New York hat. Angesichts der für das obige Beispiel gegebenen Anmerkung ist hier keine nötig. In beiden Beispielen impliziert der Sprecher gerade das, was man ihm als Überzeugung unterstellen muss, um die Annahme aufrecht zu erhalten, dass er die Maxime der Relation beachtet. Gruppe B. Ein Beispiel, in dem eine Maxime verletzt wird, wo die Verletzung aber durch die Annahme einer Kollision mit einer anderen Maxime zu erklären ist. A und B sind bei der gemeinsamen Planung einer Reiseroute für einen Urlaub in Frankreich. Beide wissen, dass A seinen Freund C treffen möchte, falls dies keine allzu große Verlängerung der Reise bedeuten würde. A. Wo wohnt C? B. Irgendwo in Südfrankreich. Anmerkung. Es gibt keinen Grund für die Annahme, dass B aussteigt. Seine Antwort ist, wie er selbst genau weiß, für As Zwecke nicht informativ genug. Diese Zuwiderhandlung gegen die erste Maxime der Quantität lässt sich nur durch die Annahme erklären, dass es B klar ist, dass er der Maxime der Qualität, sage nichts, wofür dir die angemessenen Belege fehlen, zuwiderhandeln müsste, um etwas Informatives zu sagen. Mithin impliziert B, dass er nicht weiß, in welcher Stadt C wohnt. Gruppe C. Beispiele mit Ausbeutung, das heißt, mit einem Verfahren, mit dem gegen eine Maxime verstoßen wird, um durch so etwas wie eine Redefigur zu einer konversationalen Implikatur zu gelangen. Obwohl in diesen Beispielen auf der Ebene des Gesagten eine Maxime verletzt ist, darf der Hörer annehmen, dass diese Maxime oder zumindest das umfassende Kooperationsprinzip auf der Ebene des Implizierten beachtet ist. 1a. Ein Verstoß gegen die erste Maxime der Quantität. A schreibt ein Gutachten über einen Schüler, der sich für eine Stelle als Philosoph beworben hat. Und seinem Brief lautet folgendermaßen. Sehr geehrter Herr so und so, Herr X spricht ein ausgezeichnetes Deutsch und sein Besuch der Übungen war regelmäßig, mit freundlichem Gruß und so weiter. Anmerkung? A steigt ganz gewiss nicht aus, denn wenn er nicht kooperativ sein wollte, warum überhaupt schreiben? Er ist auch ganz bestimmt nicht aufgrund mangelnden Wissens außerstande mehr zu sagen, denn der Betreffende ist ja sein Schüler. Überdies weiß er, dass mehr Information erwünscht ist. Demnach muss ihm daran gelegen sein, klar zu machen, dass er nicht willens ist, X schlecht zu machen. Diese Annahme lässt sich nur unter der Voraussetzung aufrechterhalten, dass er Herrn X für keinen guten Philosophen hält. Gerade das impliziert er demnach. Extremfälle eines Verstoßes gegen die erste Maxime der Quantität sind mit Äußerungen offenkundiger Tautologien gegeben, wie etwa Frauen sind Frauen und Krieg ist Krieg. Meines Erachtens sind solche Bemerkungen auf der Ebene des in dem von mir bevorzugten Sinn Gesagten vollkommen uninformativ und müssen mithin auf dieser Ebene der ersten Maxime der Quantität in jeder Konversationskontext unweigerlich zuwiderlaufen. Auf der Ebene des Implizierten sind sie natürlich informativ. Ob der Hörer hinter ihren Informationsgehalt auf dieser Ebene kommt, hängt von seiner Fähigkeit ab zu erklären, warum der Sprecher gerade diese besondere offenkundige Tautologie ausgesucht hat. 1b. Eine Zuwiderhandlung gegen die zweite Maxime der Quantität gibt nicht mehr Information als nötig, unter der Voraussetzung, dass man so eine Maxime überhaupt zulassen sollte. A möchte wissen, ob P und B gibt nun aus freien Stücken nicht nur die Information das P, sondern auch die Information, es sei sicher das P und es gäbe die und die und solche und solche Belege dafür, dass P der Fall ist. B mag ganz unbeabsichtigt so rätselig sein und wenn A dieser Ansicht ist, weckt dies vielleicht in ihm den Zweifel, ob B tatsächlich so sicher ist, wie er sagt. Die Dame ist, wie mir düngt, gelobt zu viel. Aber wenn wir einmal annehmen, dass eine Absicht dahinter steckt, dann wäre das eine sehr verblümte Art, durchblicken zu lassen, dass es bis zu einem gewissen Grad strittig ist, ob P oder nicht. Man kann sich allerdings darüber streiten, ob so eine Implikatur nicht auch im Rückgriff auf die Maxime der Relation erklärt werden kann, ohne eine vermeintliche zweite Maxime der Quantität in Anspruch zu nehmen. Zwei A. Beispiele, in denen die erste Maxime der Qualität verstoßen wird. Gegen die erste Maxime der Qualität verstoßen wird. Erstens Ironie. X, mit dem A bislang sehr eng stand, hat ein Geheimnis A an einen Geschäftsrivalen weiterverraten. Dies ist A und seinem Zuhörer bekannt. A sagt, X ist ein feiner Freund. Anmerkung, es ist A und seinem Zuhörer vollkommen klar, dass A nicht glaubt, was er damit vorgeblich gesagt hat. Und der Zuhörer weiß, dass A weiß, dass dies dem Zuhörer vollkommen klar ist. Demnach muss A, damit seine Äußerung nicht vollkommen witzlos ist, irgendeine andere Proposition zu übermitteln versucht haben als die, die er anscheinend ausgedrückt hat. Es muss sich dabei um eine offensichtlich damit in Zusammenhang stehende Proposition handeln. Die am offensichtlichsten damit in Zusammenhang stehende Proposition ist das Gegenteil dessen, was er vorgeblich ausgedrückt hat. Zweitens Metapher. Beispiele wie Du bist die Sahne in meinem Kaffee enthalten kennzeichnenderweise einen Kategorienfehler. Das Gegenteil dessen, was der Sprecher vorgeblich gesagt hat, ist demnach streng genommen eine Binsenweisheit. Das kann es also nicht sein, was er ausdrücken will. Die wahrscheinlichste Vermutung ist, dass der Sprecher seiner Zuhörerin eine Eigenschaft oder mehrere Eigenschaften zuschreibt, in denen die Zuhörerin der erwähnten Substanz bei mehr oder weniger strapazierter Fantasie ähnlich ist. Metapher und Ironie lassen sich kombinieren, indem man den Hörer durch zwei Stadien der Interpretation schickt. Ich sage, Du bist die Sahne in meinem Kaffee, in der Absicht, dass die Hörerin zunächst zur Metapherinterpretation, Du bist meine Zierde und Wonne und dann zur Ironieinterpretation, Du bist mein Verderben gelangt. Drittens Litotes. Jemand hat das gesamte Mobiliar zertrümmert. Ein anderer, der dies weiß, sagt, er war nicht ganz nüchtern. Viertens Hyperbel. Jedes nette Mädchen liebt einen Seemann. Zwei B. Beispiele, in denen gegen die zweite Maxime der Qualität sage nichts, wofür Dir angemessene Gründe fehlen, verstoßen wird. Sind möglicherweise nicht leicht zu finden. Aber das folgende scheint so ein Fall zu sein. Ich sage über X Frau, vermutlich ist sie heute Abend gerade dabei, ihn zu betrügen. In geeignetem Kontext oder mit geeigneter Geste und Tonlage mag es klar sein, dass ich keinen passenden Grund habe, dies anzunehmen. Mein Gegenüber nimmt, um die Annahme, dass das Konversationsspiel immer noch gespielt wird, aufrecht zu erhalten, an, dass es mir um irgendeine verwandte Proposition geht, für die ich tatsächlich vernünftige Gründe habe. Die verwandte Proposition könnte ganz gut sein, dass sie für einen Seitensprung immer mal zu haben ist oder möglicherweise, dass sie der Typ Mensch ist, der vor so etwas nicht zurückschrecken würde. Drittens. Beispiele, in denen eine Implikatur durch wirkliche, im Gegensatz zu scheinbarer Verletzung der Maxime der Relation erreicht wird, sind vielleicht selten. Aber das folgende gibt wohl einen guten Kandidaten ab. A sagt auf einem distinguierten Kaffeekränzchen, Frau X ist eine alte Schachtel. Nach einem Moment entsetzten Schweigens sagt B, das Wetter war diesen Sommer ganz entzückend, finden Sie nicht auch? B lehnt es ganz unverblümt ab, mit dem, was sie sagt, auf A's vorausgegangene Bemerkung einzugehen. Damit impliziert sie, dass A's Bemerkung nicht erörtert werden soll und, vielleicht auch noch spezieller, dass A sich daneben benommen hat. Viertens. Beispiele, in denen gegen verschiedene Maxime verstoßen wird, die unter die Obermaxime sei klar fallen. A Mehrdeutigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass es hier nur um beabsichtigte Mehrdeutigkeit geht, von welcher der Sprecher will oder erwartet, dass der Hörer sie bemerkt. Der Hörer steht vor folgendem Problem. Was veranlasst den Sprecher, der das Konversationsspiel doch noch mitspielt, auf den Umweg einer mehrdeutigen Äußerung zu verfallen? Es gibt Fälle von zweierlei Art. Alpha. Beispiele, wo es, was die Direktheit angeht, zumindest keinen augenfälligen Unterschied zwischen mehreren Äußerungsdeutungen gibt. Keine Deutung ist deutlich subtiler, abweichender, abstruser oder weiter hergeholt als eine andere. Wir könnten Blakes Zeilen nehmen. Never seek to tell thy love. Love that never told can be. Um die durch den Imperativ hervorgerufenen Komplikationen zu vermeiden, werde ich mich an den Verwandten-Satz, von meiner Liebe wollte ich reden, Liebe, die niemals gesagt kann sein. Hier kann es sich um eine doppelte Mehrdeutigkeit handeln. Meiner Liebe kann sich sowohl auf einen Gefühlszustand als auch auf einen Gegenstand des Gefühls beziehen. Und Liebe, die niemals gesagt kann sein, kann entweder bedeuten, Liebe, die niemals gesagt werden kann, oder Liebe, einmal gesagt, kann nicht weiter bestehen. Teils wegen der Subtilität des Dichters, teils wegen immanenter Belege, die Mehrdeutigkeit wird aufrecht erhalten, scheint nur die Annahme übrig zu bleiben, dass die Mehrdeutigkeiten beabsichtigt sind und dass der Dichter beides übermittelt. Nichtsdestotrotz sagt er keines davon explizit, sondern drückt beides nur aus, beziehungsweise legt beides nur nahe. Vergleich, since she, die Natur, pricked, the out for woman's pleasure, mine be thy love and thy love's use, their treasure. Better. Beispiele, in denen eine Deutung deutlich indirekter ist als eine andere. Nehmen wir das vielschichtige Beispiel des britischen Generals, der die Stadt sind oder sind eingenommen hatte und die Botschaft Pekafi zurückschickte. Die Botschaft sind, ich habe sind, I have sind, ich habe gesündigt, die hier im Spiel ist, ist phonematisch und nicht morphematisch. Der verwandte Ausdruck selbst ist unzweideutig, aber weil er aus einer dem Sprecher und Hörer fremden Sprache kommt, ist Übersetzung von Nöten und die Mehrdeutigkeit ist in der Standardübersetzung ins Englische angesiedelt. Ob die direkte Interpretation I have sind, ich habe gesündigt, nun ausgedrückt wird oder nicht, die indirekte scheint ganz offensichtlich ausgedrückt zu werden. Es mag Gründe des Stils dafür geben, mit einem Satz nur seine indirekte Deutung auszudrücken, aber es wäre witzlos und vielleicht auch vom Stil her kritisierbar, sich die Mühe zu machen, einen Ausdruck zu finden, der indirekt ausdrückt das P. Und damit auch einer Zuhörerschaft die Mühe zu machen, diese Deutung zu finden. Wenn diese Deutung kommunikativ überflüssig wäre. Ob die direkte Deutung ebenfalls ausgedrückt wird, scheint davon abzuhängen, ob diese Annahme mit anderen konversationalen Erfordernissen konfligieren würde. Es kommt beispielsweise darauf an, ob sie relevant wäre, ob man dem Sprecher unterstellen könnte, dass er sie akzeptiert und so weiter. Falls solchen Erfordernissen nicht entsprechen wurde, dann wurde die direkte Interpretation nicht ausgedrückt. Wenn ihnen entsprochen wurde, dann wurde sie ausgedrückt. Hätte man Gründe, vom Schreiber des PK wie anzunehmen, er glaube, irgendeinen Verstoß begangen zu haben, beispielsweise durch seine Eroberung von Sint seine Befehle missachtet zu haben und wäre Bezugnahme auf solch einen Verstoß für die der Zuhörerschaft unterstellten Interessen relevant, dann hätte er beide Deutungen ausgedrückt. Ansonsten hätte er nur die indirekte ausgedrückt. B. Dunkelheit. Wie beute ich für die Zwecke der Kommunikation eine absichtliche und offene Verletzung der Forderung aus? Ich sollte Dunkelheit vermeiden. Wenn das Kooperationsprinzip in Geltung sein soll, dann muss ich offensichtlich wollen, dass mein Partner trotz der Dunkelheit meiner Äußerungen versteht, was ich sage. Angenommen, A und B führen ein Gespräch in Anwesenheit eines Dritten, beispielsweise eines Kindes. A mag dann absichtlich dunkel. Wie wohl nicht zu dunkel sein, in der Hoffnung, dass B ihn versteht und der Dritte nicht. Wenn A erwartet, dass B bemerkt, dass A absichtlich dunkel ist, dann liegt es weiterhin auch noch nahe, dass A damit, dass er seinen Gesprächsbeitrag in dieser Weise macht, impliziert, dass der Inhalt der Mitteilung nicht an den Dritten weitergegeben werden soll. C. Mangelnde Kürze oder Bündigkeit. Man vergleiche die Bemerkung 1. Fräulein X sang Home Sweet Home. 2. Fräulein X erzeugte eine Lautfolge, die in enger Übereinstimmung mit der Partitur von Home Sweet Home stand. Angenommen, ein Kritiker hätte mit Bedacht zweitens und nicht erstens geäußert. Anmerkung, warum ist er statt des knappen und beinahe gleichbedeutenden Ausdrucks sang auf dieses Gefase verfallen? Vermutlich, um anzuzeigen, dass irgendein entscheidender Unterschied zwischen Fräulein X Vortrag und solchen Sachen besteht, auf die normalerweise das Wort singen angewandt wird. Die nächstliegende Vermutung ist, dass mit Fräulein X Vortrag irgendetwas ganz Schreckliches im Argen war. Der Kritiker weiß, dass sich diese Vermutung wahrscheinlich aufdringt. Mithin ist es das, was er impliziert. Bislang habe ich nur Fälle betrachtet, in denen bei einer bestimmten Gelegenheit gesagt wird, das P und in denen dies nur kraftspezieller Kontextmerkmale eine Implikatur mit sich bringt. In solchen Fällen, wo man nicht annehmen kann, dass P zu sagen normalerweise so eine Implikatur mit sich bringt, möchte ich von spezialisierten konversationalen Implikaturen sprechen. Es gibt aber auch generalisierte konversationale Implikaturen. Manchmal lässt sich von gewissen Wörtern und Wendungen sagen, ihre Verwendung in einer Äußerung bringe normalerweise in Abwesenheit besonderer Umstände die und die Implikatur bzw. Sorte von Implikatur mit sich. Unstrittige Beispiele sind vielleicht schwer zu finden, weil es ja allzu einfach ist, eine generalisierte konversationale Implikatur so zu behandeln, als wäre sie eine konventionale Implikatur. Ich stelle ein hoffentlich einigermaßen unstrittiges Beispiel vor. Wer einen Satz der Form X trifft sich heute Abend mit einer Frau verwendet, impliziert normalerweise, dass es sich bei der Frau nicht um X Ehefrau, Mutter, Schwester oder vielleicht sogar enge platonische Freundin handelt. Ganz ähnlich wäre meinen Hörer, wenn ich zu ihm sagte, X ging gestern in ein Haus und fand drinnen eine Schildkröte. Normalerweise überrascht, wenn sich ein bisschen später herausstellte, dass es sich dabei um X eigenes Haus gehandelt hat. Ähnliches ließe sich unter Verwendung der Ausdrücke ein Garten, ein Auto, ein Institut usw. erreichen. In manchen Fällen läge allerdings keine solche Implikatur vor. Ich habe den ganzen Morgen in einem Auto gesessen. Und manchmal eine umgekehrte Implikatur. Ich habe letztes Jahr eine Sonnenbrille verloren. Man hätte wohl nicht viel für einen Philosophen übrig, der für den Ausdruck ein X drei Bedeutungen ansetzte. Eine, in der er etwa bedeutet etwas, das die das Wort X definierenden Bedingungen erfüllt. Eine andere, in der er ungefähr bedeutet ein X im ersten Sinne, das in einer nur abgelegenen Beziehung irgendeiner Art zu einer durch den Kontext kenntlich gemachten Person steht. Und eine noch andere, in der er bedeutet ein X im ersten Sinne, das in einer engen Beziehung irgendeiner Art zu einer durch den Kontext kenntlich gemachten Person steht. Eine Darstellung nach dem folgenden Schema, das natürlich in den Einzelheiten inkorrekt sein mag, wäre uns doch wohl viel lieber. Wird durch die Verwendung der Ausdrucksform ein X impliziert, dass der oder das X nicht zu einer bestimmbaren Person gehört und auch ansonsten nicht eng mit ihr zusammenhängt, so rührt die Implikatur daher, dass der Sprecher nicht konkret war, wo man es von ihm hätte erwarten können. Deshalb wird leicht die Annahme entstehen, dass er gar nicht in der Lage ist, konkret zu sein. Dies ist eine vertraute Implikatursituation und lässt sich aus dem einen oder anderen Grund als Nichterfüllung der Maxime der Quantität klassifizieren. Die einzig schwierige Frage ist, warum sollten wir unabhängig davon, was wir über die einzelnen Äußerungskontexte wissen, unterstellen, dass eine Angabe darüber von Interesse ist, ob die Verbindung zu einer bestimmten Person bzw. einem bestimmten Gegenstand und einer weiteren, in der Äußerung erwähnten oder durch sie kenntlich gemachten Person entfernt oder eng ist. Die Antwort muss im Umkreis des folgenden liegen. Wenn eine Person mit Sachen oder anderen Personen interagiert, zu denen sie in enger Verbindung steht, so ist das häufig hinsichtlich der Begleitumstände und Auswirkungen etwas ganz anderes, als wenn sie in Interaktion derselben Art mit Personen oder Sachen verstrickt ist, zu denen sie in nur entfernter Verbindung steht. Wenn ich beispielsweise in meinem Dach ein Loch entdecke, so hat das vermutlich ganz andere Begleitumstände und Auswirkungen, als wenn ich eines bei jemandem anderem im Dach entdeckte. Informationen gibt man, wie Geld, häufig ohne zu wissen, was der Empfänger damit wird anfangen wollen. Wenn jemand von einer Interaktion berichtet wird, so wird er bei weiterer Überlegung wahrscheinlich auf weitere Fragen kommen, die der Sprecher vorab nicht im Einzelnen kennen konnte. Wenn die passende Angabe, etwa über die Art der Beziehung der Interagierenden, den Hörer mit einiger Sicherheit in die Lage versetzt, sich allerlei solche Fragen selbst zu beantworten, dann ist zu unterstellen, dass der Sprecher diese Angabe in seine Bemerkungen hineinnehmen sollte. Anderenfalls ist es nicht zu unterstellen. Zum Schluss können wir nun zeigen, dass konversationale Implikatur als solche gewisse Merkmale besitzen muss. Erstens. Wenn man eine konversationale Implikatur vermutet, muss man zumindest das Kooperationsprinzip für beachtet halten. Und der Beachtung dieses Prinzips kann man sich durch Aussteigen entziehen. Mithin kann eine generalisierte konversationale Implikatur in einem Einzelfall storniert werden. Dies kann explizit geschehen durch Hinzufügung einer Klause mit der Gesagten oder zu Verstehen gegeben wird, dass der Sprecher ausgestiegen ist. Eine generalisierte konversationale Implikatur kann aber auch kontextuell storniert werden, wenn der Äußerungsbestandteil, der gewöhnlich die Implikatur mit sich bringt, in einem Kontext verwandt wird, der klar macht, dass der Sprecher aussteigt. Zweitens. Insofern der Schluss auf das Vorliegen einer bestimmten konversationalen Implikatur, neben Informationen über Kontext und Hintergrund, nur Wissen darüber erfordert, was gesagt wurde, oder worauf der Sprecher mit der Äußerung konventional festgelegt ist, und insofern es für diesen Schluss keine Rolle spielt, wie der Sprecher sich ausgedrückt hat, lässt sich dasselbe nicht solchermaßen anders sagen, dass die fragliche Implikatur einfach wegfällt. Es sei denn, irgendein spezielles Merkmal der ursprünglichen Fassung ist selbst Kraft einer Maxime der Modalität für die Bestimmung der Implikatur relevant. Wenn wir das als Unabtrennbarkeit bezeichnen, so ist zu vermuten, dass eine generalisierte konversationale Implikatur im Gefolge einer geläufigen und spezifischen Ausdrucksweise ein hohes Maß an Unabtrennbarkeit hat. Drittens. Ohne es ganz genau zu nehmen, weil der Schluss auf das Vorliegen einer konversationalen Implikatur bereits vorhandene Kenntnis der konversationalen Rolle desjenigen Ausdrucks der Äußerung voraussetzt, der die Implikatur nach sich zieht, wird ein konversationales Implikat nicht in die ursprüngliche Angabe der konventionalen Rolle des Ausdrucks gehören. Obwohl es für etwas, das sozusagen als konversationale Implikatur zur Welt kommt, nicht unbedingt ausgeschlossen ist, konventionalisiert zu werden, bedürfte es doch besonderer Rechtfertigung, um in einem gegebenen Fall anzunehmen, dass es sich so verhält. Konversationale Implikate gehören, zumindest anfangs, nicht zur Bedeutung der Ausdrücke, an deren Verwendung sie geknüpft sind. Die Wahrheit des Gesagten, viertens, bedingt nicht die Wahrheit des konversationalen Implikats. Das Gesagte mag wahr sein, das Implizierte falsch. Der Träger der Implikatur ist daher nicht das Gesagte, sondern nur das Sagen des Gesagten bzw. das Es-mal-so-Sagen. Fünftens. Hinter eine konversationale Implikatur zu kommen heißt, auf das zu kommen, was zur Aufrechterhaltung der Annahme, dass das Kooperationsprinzip beachtet ist, unterstellt werden muss. Mehrere verschiedene Einzelerklärungen können möglich sein. Deren Liste mag offen sein. In solchen Fällen wird das konversationale Implikat daher eine Disjunktion solcher Erklärungen sein und wenn deren Liste offen ist, so wird das Implikat gerade die Art von Unbestimmtheit haben, die viele wirkliche Implikate offenbar in der Tat besitzen.